Hallo, hier ist diese Oper aus dem Ministerin in Paris. Ich bin hier in der Main Suite und mal wieder dabei, euch ein paar schöne Schaufenster zu zeigen. Ich stehe hier vor Lili's Boutique und auch hier gibt es zwei schöne Fenster, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Also schaut mal rein, es ist im 25. Geburtstag, dekoriert hier, sieht hier unten direkt die Preise, ob man es mal zeigen kann. Man muss es schlecht sehen, weil das weiß auf grau gedruckt wurde. So, und dann hier nochmal ein paar schöne Artikel. Untertassen sind sechs, also Schälchen. Und dann nochmal hier oben. Ich ziehe das mal ein bisschen ran, weil es noch ein bisschen schlecht zu sehen ist im Licht. So könnt ihr es besser sehen. So, das wäre das erste Fenster gewesen. So, und dann gehen wir hier mal weiter zum zweiten Fenster. Ich stelle euch mal einmal kompletter vor. So könnt ihr es einmal sehen. Das ist ein Fenster. Dekoriert. Auf einem großen Schrank. Auf dem Thema natürlich das 25. Geburtstag hier. So. Bisschen schlecht zu sehen beim Licht. Aber es geht, glaube ich, mit den ganzen Tassen hier. Kaffeetassen, Teetassen, Gläser. So, einmal ein bisschen. Genau. So könnt ihr es sehen, glaube ich. Ja, und nochmal die Preise dazu. Jawoll. Das reicht auch mal um Mitteil als Information. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Das war der Dissle-Oper von der Nils Boutique. Hier aus der Main Street in Dissle-Letter-Rins. Tschüss, bis zum nächsten Mal.